ich bin mal wieder meine lieblings steigung hier gerade hochgefahren um mit euch gemeinsam hier draußen mitten in der sonne das fahrrad zu putzen und ja ich weiß das klingt total bekloppt warum soll man jetzt mitten in der sonne hier oben auf dem berg ohne wasser sein fahrrad putzen es gibt einen einfachen grund es ist schmutzig und das heißt auch schon grund 2 ist ich habe hier ein produkt bekommen dass ich testen soll und testen möchte und zwar gentle monkeys nass tücher aus liebe zum fahrzeug also reinigungstücher die in so einer reinigungsflüssigkeit getränkt sind so dass man kein wasser braucht und das ganze ja auch mal so auf die schnelle machen kann ich lese mal hier eben vor reinigt poliert und versiegelt in einem für nahezu jede glatte oberfläche reinigen ohne wasser für innen und außen anwendung erstens reinigen mit einem nass tuch die sind hier drin ohne druck und teil für teil die schmutzigen flächen reinigen zweitens vor polieren mit der kurz florigen seite des mikrofasertuchs und leichtem druck vor polieren drittens glänzend polieren und versiegeln mit der lang florigen seite des mikrofasertuchs glänzend polieren und versiegeln achtung grobe verschmutzungen müssen vorab entfernt werden grobe verschmutzungen ich meine es ist jetzt so eine formulierung da kann jeder was anderes mit anfangen ich würde sagen ja hier haben wir durchaus ein paar grobe verschmutzungen ich würde aber auch sagen die sind jetzt weg also jetzt ist es nur noch jetzt ist es nur noch dreck und kein grober dreck mehr grobe verschmutzung und grober dreck ist für mich das gleiche genauso wie hier das kann man einfach mal so kurz weg machen mit der hand ich denke das sollte reichen und damit habe ich keine groben verschmutzungen mehr am rad bevor wir loslegen ganz wichtige info ich habe dieses produkt hier gratis zur verfügung gestellt bekommen für dieses review und ihr bekommt wie immer meine ehrliche meinung dazu so stellen wir das ganze mal hier ab und fangen mal an da hier sicherlich stoffe drin sind die ich eigentlich nicht mit meinen händen in verbindung gebracht haben möchte ziehe ich handschuhe an ich lese jetzt auch nicht die inhaltsstoffe im einzelnen vor das würde nämlich zu lang dauern aber das könnt ihr mal auf der webseite im ruhe nachlesen aber hier ist eine durchaus etwas längere liste an stoffen drin so wir gehen mal hier rüber ich fange mal an mit dem ersten tuch fangen wir hier an bei der gabel ihr seht ja diese tücher sind nass und reinigen jetzt hier erstmal so auf den ersten blick eigentlich ganz gut es riecht nicht allzu schlecht es riecht riecht gut riecht nach irgendwas zitronigem finde ich aber seit jedem reiniger wahrscheinlich irgendwie so ein duftstoff drin damit der damit er gut riecht kann ich mir vorstellen so da hinten haben wir noch paar tatsächlich paar grobe verschmutzungen vergessen aber ich glaube das ist okay soll man jetzt mal die die felge hier einmal rings herum und ich glaube dass ich dann schon mal vielleicht wobei polieren ich glaube ich nutze jetzt erstmal dieses nasse tuch komplett aus bevor das hier an der sonne verdunstet gehen wir hier einmal zumindest mal das vorderrad und die akku abdeckung die möchte ich auch noch erwischen einmal durch fahrrad fahren macht schon spaß fahrrad putzen macht aber auch spaß so wollte ich es eigentlich sagen das ist einer der seltenen augenblicke wo man wirklich sagen muss hey ein fahrrad ständer wäre doch tatsächlich von vorteil kommt nicht oft vor dass ich sowas sage aber doch wäre jetzt wirklich von vorteil konnte ich nämlich von beiden seiten schön hier ran jetzt muss man einfach um das fahrrad herum natürlich wäre es auch besser wenn ich das fahrrad auf einem montage ständer hätte weil dann würde ich natürlich noch besser dran kommen so jetzt machen wir noch hier diese seite hier forme ja da merkt man schon dass jetzt viel schmutz hier in den in das tuch reinkommt also es wird nicht ganz sauber mit diesem reinigungstuch der rest geht dann wahrscheinlich ins mikrofasertuch so wie ich das sehe also tuch nummer eins hat immer noch feuchtigkeit also nicht gedacht dass man so weit kommt damit und im moment ist es auch echt mehr ein schmieren vielleicht sollte man es auch nicht in der sonne machen mag sein aber so wie war das wie war das mit der kurz florigen seite vor polieren ich habe streifen ich habe streifen und da unten ist es auch nicht gerade schön naja ok gehen wir mal die felge also muss dazu sagen ich bin wirklich vor drei minuten aus dem keller raus mit dem fahrrad heißt das fahrrad ist wirklich eigentlich kalt also der lack ist nicht warm wirklich nicht warm also ich kann nur sagen an der temperatur kann das hier nicht liegen meiner meinung nach aber ja probieren wir es einfach mal weiter hier im takt naja ok also ich muss sagen im moment sauberer als vorher ja sicherlich wenn ich jetzt hier auf die langflorige seite gehe ganz ehrlich ich glaube nicht dass das noch mal was ändert weil was soll ich denn jetzt hier noch bitte wischen wenn es schon trocken ist also das ist irgendwie quatsch ja das ist irgendwie bisher doch irgendwie ermüchternd was hier passiert aber ich gebe noch nicht auf ich gönne mal ein zweites tuch zweites tuch und dann gehen wir noch mal gehen wir noch mal drüber dieses mal lasse ich nicht so lange trocknen sondern wir machen einen wisch und gehen dann direkt drüber vielleicht muss ich ja auch noch den wichtigen umgang hier erst noch lernen das mag schon sein jetzt kommt der traktor es wird gleich laut aber das sieht besser aus ich zeige euch das gleich habe ja nur begrenzt hände frei das sieht besser aus also wischen putzen und direkt danach mit dem mikrofasertuch drüber das bringt das bessere ergebnis ok also der plan muss wie folgt aussehen in der einen hand das nasse tuch in der anderen hand das trockene und dann relativ zügig abtrocknen denn sonst hast du streifen und die streifen kriegst du nicht mehr weg also im ersten augenblick muss ich muss ich sagen hat mich das nicht überzeugt aber jetzt sieht es langsam sehr brauchbar aus so 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 tow so 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 weil ich auch bei mir auf der Terrasse das Rad schön, sagen wir mal, ordentlich waschen kann. Für alle, die die Möglichkeit vielleicht nicht haben oder unterwegs einfach mal auf die Schnelle in 10, 15 Minuten das Fahrrad auf Glanz bringen wollen. Für die ist das cool. Oder wenn mal nur ein Teil vom Fahrrad schmutzig ist, auch cool. Aber ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle. Also ja, es funktioniert und wenn du schnell genug nachpolierst, dann gibt es auch keine Streifen. Wenn du mit dem Nachpolieren aber zu langsam bist, dann hast du Streifen und musst mit dem Tuch nochmal drüber oder vielleicht ein neues Tuch nehmen. Und da weiß ich nicht, wie viele Tücher ich da brauche. Und jetzt mal realistisch für ein Bike, was normal verschmutzt ist, würde ich sagen, zwei bis drei Tücher solltest du eigentlich sehr gut hinkommen. Wenn du gut bist, schaffst du zwei, wenn du schlecht bist, brauchst du drei. Ja, ist machbar. Ist machbar und du brauchst kein Wasser, du kannst es unterwegs machen, du kannst es spontan machen, ohne dafür jetzt viel Action machen zu müssen. Ja, also es funktioniert. Sagen wir es mal so. Es funktioniert und funktioniert tatsächlich besser, als ich dachte. Auch das muss ich zugeben. Aber ob das für mich so auf Dauer die richtige Putzlösung ist, ich weiß nicht. Also klar, verglichen mit dem letzten Mal, als ich mein Rad geputzt habe, da habe ich es dann auf die Terrasse und schön mit Reiniger alles durch. Ich meine, das dauert natürlich ein gutes Stück länger. War aber auch sauberer, muss man einfach sagen. Wesentlich sauberer als jetzt. Aber ist okay. Also für die Zeit, die ich jetzt investiert habe und dafür, dass ich es das erste Mal gemacht habe, nächstes Mal geht es sicherlich schneller, ist okay. Ob das preisleistungsmäßig für dich das Richtige ist, das musst du selbst herausfinden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was diese Packung hier kostet. Ich schreibe es mal unter die Videobeschreibung. Hier sind jetzt drinnen, wie viele? Steht nicht drauf. 280 Milliliter. Ich weiß nicht, wie viele Tücher hier drin sind. Schreibe ich auch in die Videobeschreibung. Also ich werde mal ausrechnen, wie viel dann einmal putzen kostet, wenn man drei Tücher braucht. Rechne ich mal aus, schreibe ich unter das Video. In diesem Sinne, Test war erfolgreich. Ich bin gespannt auf eure Meinung. In diesem Sinne, Leute, ich packe jetzt meine Handschuhe und alles Putzzeug wieder ein und werde hier noch ein bisschen Biken gehen. Bei dem Wetter, oder? Was soll man sonst machen? Also, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss, tschau. Ende.